Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Brothers 3 und... Was steht denn jetzt an? Okay. Guck mal her. Und zwar willst du mich jetzt umbringen. Du willst mich jetzt umbringen. Nämlich will ich hier mit 5 Leben starten in dieser Welt. So, Pantsch hat natürlich direkt mit Game Over. Kann nur besser werden. Nein, also ich wollte halt jetzt wirklich, dass wir ein bisschen mit den... Äh, damit wir mit 5 Leben halt starten. Nee, halt schon fort. Kann man eigentlich zurück zu den anderen Welten... Nee, ne? Also es geht nicht, dass man jetzt wieder zurück kann zu den anderen Welten. Das ist ja ein bisschen doof, dass man nicht zurück kann. So, komm her. Bambidi-bib. Bambidi-bu. Also, dass man nicht zurückgehen kann zu Welt 1 oder Welt 3 oder so. Das ist ein bisschen... Also es sagt mir gerade so, als ob es nicht geht. Das ist halt ein bisschen... Oh mein Gott! Die Pflanze habe ich nicht gesehen vorher. Ein Pilz wäre mal ganz nice. Das ist ja hier so ein... Kommt vielleicht hier auch dieses Spiel her von Mario Party 1? Es gibt noch dieses Kistenspiel mit der Röhre. Ah! Gott sei Dank. Wo doch man mit der Röhre so eine Kiste zu sich selbst befördern muss. Wisst ihr, welches Spiel ich meine bei Mario Party? 1. Also der erste Teil, ne? Der gute noch. Das ist doch einer von den guten. Nicht, wo du... Alle zusammen in ein... Auto sitzen, sondern wo du... Alleine... In... Gar keinem Auto. Oh mein... Achst du! Habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, ich fall runter. Das hätte mir jetzt auch noch gefehlt. Äh... Kann ich nicht... Nee, kann ich nicht. Muss ich da rein. Geh da rein. Nee, nicht, 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 nicht. Was war das denn? Unfaires! Ey! Was war das denn, bitte? Ey, wie unfair... Das war ja unfair wie Sau. Ey! Was war das denn? Nee, das finde ich nicht witzig. Leck mich, Spiel. Leck mich, Spiel. Leck mich! Also, äh... Ja. Wir sind jetzt hier in diesem Spiel und es fangt mich ab. Aber ich kann euch mal was erzählen, was mir heute auf der Arbeit passiert ist. Und zwar... Sagen wir es so, ich war heute tatsächlich echt super motiviert, was Arbeit und alles anging. Also, ich war fucking... Ich war richtig gut drauf. Ich hab mich mit, äh... der Blumenfrau unterhalten, die halt gegenüber von mir Blumen verkauft. Wer hätte es gedacht? Das ist eine Blumenfrau immerhin. Und... Unterhalten und erhalten und erhalten und erhalten. Und irgendwann sag ich einfach so... Ja. Äh... Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext. Ich hab ihr irgendwas erzählt und ach, übrigens hab ich so einen Pimmel. Ich hab ihr gesagt Pimmel zu der... Frau. Und die so... Guckt mich an und kriegt den Lachflash des Todes. Vor allem hatte sie gerade was getrunken und erst mal... Brustet das erstmal raus und so weiter, weil sie natürlich mit der Reaktion nicht rennen darf. Ich hab's halt voll trocken gesagt. Übrigens hab ich so einen Pimmel. Äh... Das könntet ihr jetzt übrigens nur sehen, was... Äh... Wie ich das zeige, wenn ihr im Stream seid. Also, wenn ihr sehen wollt, was für einen großen Pimmel ich habe, müsst ihr leider mal in die Streams gucken. So. Niveau ist jetzt ganz unten, meine Damen und Herren. Wir haben's geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sowas mache ich, wenn ihr mit... Also, sowas passiert, wenn ihr mit mir am gleichen Arbeitsplatz seid. Ich bin... echt ein witziger Gesell, meine Damen und Herren. Liebe Raben und liebe Bären. So. Wie passe ich denn... Okay, jetzt laufen sie da oben lang. Jetzt gehen sie zurück. Geht mal zurück. Gut. Jetzt rein. 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 Okay. Okay. Wunderbar. Wie unfair das war. Das war einfach so ultra unfair. Okay. Verdammt, ich hätte gerne einen Stern gehabt. Warum habe ich... Ich war doch schnell. Ich war doch voll... Vollspeed war ich doch. Und kriege ich keinen Stern? Ah, das ist auch etwas, was ich nicht verstehen werde. Ich glaube niemals. So, so viel Röhren. So viel Röhren in dieser Welt. Ah, sogar die richtige genommen. Der P-Flügel. Ich glaube, den bewahre ich mir noch auf. Oh mein Gott. Es ist eine Wüstenwelt. Diesen Pilz will ich haben. Mancha. Feuer. Mancha. Blume. Wand. Röhre. Wo bringt die mich hin? In den Wasserabschnitt. Ja! Wasserabschnitte. Ich liebe Wasserabschnitte. Ich will zurück hier. Ich ha... Niemand, glaube ich, mag Wasserlevel. Aber es ist eine coole... Oh mein Gott. Das hätte mich jetzt fast in den... Oh meine Güte. Really. Ja, immerhin. Immer... Immerhin hat es sich dafür gelohnt. Das muss man tatsächlich mal sagen. Ich wollte mich ducken. Ich fahre jetzt einfach... Ich fahre jetzt einfach den Rest des Spiels mit dem... Fahrstuhl, wollte ich gerade sagen. Ja, Ricky. Gut gemacht. Wirklich. Exzellent. Das ist doch nicht mehr normal. Fick dich. Nö. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Ich fliege jetzt einfach mal, okay? Ich fliege. Ich überlege. Das Level ist doch scheiße. Ich überfliege es jetzt einfach. Was macht ihr noch so? Schönes Level übrigens. Guckt euch diese ganzen Spaß an, die wir verpassen. Oh mein Gott. So much Spaß. Ey, das Spiel wird echt schwer zum Schluss. So, da muss ich rein. Hoffe ich. Ja, wunderbar. Gut. Gut, gut gemacht, Ricky. Wunderbar. Bam, 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 bam. Bam. Vielleicht kriege ich ja gleich noch irgendwo Leben her. Wenn ich natürlich jetzt das nächste Level schaffe, habe ich natürlich schon wieder ein Leben. So, jetzt in das rein. Und schauen wir mal, ob man diese Röhre uns hinbringt. Ich hoffe, irgendwo Gutes. Irgendwo Gutes. Genau, Ricky, dein Deutsch. So gut. Bam, 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 bam. Oh, Stern. Haben. Kein Stern mehr. Schade. Hä? Wiederholt sich der Abschnitt hier die ganze Zeit? Ne, ich wollte gerade sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, den Abschnitt hatte ich doch gerade schon mal. Oh mein Gott, Lakitu nicht. Lakitu, please. Lakitu, wir sind doch Freunde. Lakitu, lass mich in Ruhe. Na, na, na. Ah. Lakitu. Vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja jetzt hier Leben zu farmen. Der kommt nicht zurückgesprungen. Oh, wie assi. Gut. Was war's denn wohl? Ich werde hier gleich Game Over gehen. Fuck it didu. Oder ist hier vielleicht noch irgendwo Item? Oder hier war ein Item bei bei Lakitu? Nein! Ach, Mann! Das ist doch scheiße so. Ah, das ist... Mal gucken, wo mich die anderen Röhren hinbringt. Einfach mal gucken. Wo bringt mich denn diese Röhre zum Beispiel hin? Fuck! Hab ich natürlich kein Schüttel für. Ah! Das ist so ein bisschen gerade, dass ich so ein bisschen frustriert bin. Was mich dieses... Oh, vor allem... Schon wieder dieses Level. Dieses Upfuck-Level hier. Das trifft es sehr gut. Schibidi-babidipu. Das kann doch nicht angehen. Ich bin doch gar nicht so schlecht in diesem Spiel. Und ich... Stell dir mich gerade an wie der letzte Mensch auf Erden. Oder der Erste. Oder der Vorletzte. Oder der Vorerste. Oder so. Der Vor... Gibt es überhaupt einen Vorersten? Nee. Kann ja gar nicht. Weil es gibt ja nur den Ersten. Oder gibt es einen Vor den Ersten? Gab es vor Menschen? Vor den ersten Menschen? Aber dann wäre es ja auch nicht der erste Mensch gewesen, wenn es da Vor-Menschen gegeben hätte. Hätte man ja auch einfach den, den ersten Menschen nehmen können. Oder? Es war der erste Mensch, der so genehmt hat wie wir. Also die erste richtige Mensch. Und das andere war so Vormensch. Und das war dann der Erste. Also der... 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 Vormensch. What? Geki, was... Was... Was ist mit dir los heute? Bist du heute so ein bisschen... Bist du ein bisschen betrunken? Bist du ein bisschen besoffen? Tatsächlich... Nicht. Ich bin heute ausnahmsweise mal nüchtern. Habe ich mich festgepackt? Oh mein Gott. Habt ihr es gesehen? Habt ihr mich da festgepackt? Das war nicht schön. So hoch. Hoch. Du. Kein Kommentar. Einfach. Kein. Kommentar. Okay? Okay, gut. Kein Kommentar. Ich... Weiß nicht. Ich entwickle einen Hass jetzt schon wieder. Es ist... Ich war so richtig motiviert, ne? Bin zwar immer noch fucking motiviert. Aber... Könnte auch gleichzeitig in den Bildschirm gerade reinfurzen. Das ist gerade echt schlimm. Es ist gerade echt grausam. Wo ist denn schon wieder mein Skill hin? Wo ist denn... Wo ist denn mein Skill hin? Der war doch die letzten Parts da. Hat der schon wieder Urlaub? Das kann doch nicht angehen, dass er ständig Urlaub hat, mein Skill. Wisst ihr... Ihr habt mal gesehen, wie ich Vollo in Super Smash Bros. für die Wii U vernichtet habe. Bei ihm. Und bei mir. Und jetzt, im Stream letztens, hat er tatsächlich gewonnen. Unerwartet. Das ist doch unnormal. Ich möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ihr euch diesen Crap hier ansehen müsst. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir tatsächlich leid. Komm schon. Ich bitte dich. Oh, Super Mario 64. Das ist nicht Super Mario 64. Ich kenne Super Mario 64. Ich habe schon ein paar Mal gespielt. Oh, Super Mario Bros. 3, Gott. Erhöre mich. Und erlöse mich von dieser Qual. Dein Mario komme. Dein Luigi geschehe. Wie im Himmel. So im Pilzkönigreich. Unser täglich Pilz gibt uns heute. Und vergib uns unseren Fail. Denn dafür vergeben unseren Bowser. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Pilzigkeit in Ewigkeit. Amen. Mama Mia. Spaghetti. Das würde Mario jetzt noch dazu sagen. Denn dein Miyamoto geschehe. Ach, Miyamoto. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht da stehen genau auf mir. Oh mein Gott. Gott sei Dank nicht. Show. Das war dumm. Das war... Das war dumm. Das war dumm. Ah, da durch. Schnell. Schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Toll. Jetzt Anlauf nehmen. Stern. Äh, nee. Das ist gar kein Stern. Das ist eine Blume. Richtig. Stern hat so Ecken. Und eine Blume ist oben rund. Das musst du dir merken. Das ist ganz wichtig für die Zukunft, mein Freund. Aber vielleicht finde ich ja gleich... Ich gehe gleich immer noch in Suche nach einem Pilzhaus. Hier seht ihr noch mehrere Röhren. Die Röhre da zum Beispiel. Die müssen wir doch zu einem Pilzhaus bringen, oder? Bring mich bitte zu einem Pilzhaus. Ja, dankeschön. Und gib mir bitte ein gutes Item. Gib mir bitte ein 3P-Flügel. Oder gib mir einfach nur einen Pilz. Das ist auch vollkommen... Vollkommen okay. Das ist ein vollkommen okay Spiel. Kein Problem mit. Ich muss ja nach links. Ungewohnt mit Mario nach links rennen. Denn Mario ist eigentlich von links nach rechts. Und nicht von rechts nach links, meine Damen und Herren. Liebe Raben und liebe Bären. Das Level habe ich von übersprungen. Das weiß ich noch. Da war. Bin ich zu behindert? Das Ding steht genau vor mir. Okay. Einfach... Ich wollte gerade sagen, einfach mal wegspringen. Hat natürlich... Nicht... Nicht funktioniert, weil ich zu behindert bin. Ah, das ist so... Das tut so weh. Dieses Gameplay. Hm. Kein Zucker. Das ist mehr Salz. Das ist echt Salz. Das ist kein Zucker. Das ist... Das ist richtiges Salz. Das ist Rohrzucker. Das ist... Streusalz. Das ist das Gameplay gerade. Das Gameplay ist gerade richtige Streusalz. Ach, stimmt. Aber hier unten gab es immerhin... Immerhin, ne? Immerhin gab es das hier. Immerhin. Immerhin. Soll ich jetzt hier noch so ein bisschen aktivieren? So bla 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 bla... Bla 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 bla... Bla bla bla... Bla bla bla... Bla bla... Einfach Mein Gott Okay, meine lieben Freunde Wir machen das beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's play Super Mario Brothers 3 Ich hoffe dann tatsächlich, dass ich besser bin Und wenn nicht, dann Schieße ich mir ins Bein Bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüss